Meine Fasse Torte, haben wir gefunden, Fyodor, und gebracht zu den Doktoren. Hatte genommen die Kugel, aber Sattelstand, das ist das Problem, immer noch. Luigi, warum tust du mir das an? Gleich wirst du verstehen. Toni, brauchst du viele deine Pfarrer? Ja, täglich. Musst du gut aufpassen, weißt du. Wir haben nicht alle von den Rumänen, sind noch zwei, drei da. Nicht, dass es passiert, deine Pfarrer, wie die Fyodor, nicht, dass es die Rumänen. Uns können Rumänen nixen, wir haben starke Schiffe. Fyodor, erzähle von den Schiffe.